Moin! Willkommen in Hamburg am Hauptbahnhof, bei den neuen Treppen an der Steintördambrücke. Hier seht ihr gerade eine Aufnahme aus dem Januar 2022, als die Treppen noch im Bau waren. Ein Flix-Train fährt in Richtung Berlin aus. Inzwischen sind drei Treppen fertig. Am 25. März wurden sie für die Reisenden freigegeben. Dabei war auch Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjarks anwesend. Gehen wir einmal vom Bahnsteig zwischen den Gleisen 11 und 12 nach oben. Bisher sind drei Bahnsteige über die neuen Treppen zu erreichen – zwischen den Gleisen 7-8, 11-12 und 13-14. Eine Treppe für die Gleise 5 und 6 ist Ende März noch im Bau. Was? Was ist die Verwendung am Lowen? Der przypohlen, dass die Reisenden freiglich sind. Wir gehen mit dem Wachstum. Was ist die Verwendung am Littgen? Wachstum? Sleimung. Das ist die Verwendung am Littgen. Aber das ist die Verwendung am Littgen. Auch die Tauben haben die neuen Sitzmöglichkeiten schon für sich entdeckt. Die neuen Treppen bieten einen direkten Weg für Fahrgäste, die in die Innenstadt, zur U-Bahn U1 oder zum Zopp gehen möchten. Sie liegen nur wenige Meter hinter den vorhandenen Treppen, die zum Südsteg innerhalb der Bahnhofshalle führen. Wer zu den Geschäften auf dem Südsteg möchte oder eine Fahrtreppe braucht, wird auch in Zukunft die alte Treppenanlage benutzen. Am 31. März hatte es in Hamburg noch einmal geschneit. Hier seht ihr nun weitere Ansichten von den Treppen bei Nacht und von den neuen Bildschirmen, auf denen die abfahrenden Züge angekündigt werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Malen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020